Hier, das ist die neue Marmelade von Phytagoro, Exotik Fonda. Muss man probieren. Ja, wenn ich mache. Und? Sehr lecker. Und wonach schmeckt die? Nach Ananas. Ananas. Maracuja. Maracoda. Und ganz, ganz leckere weiße Schokolade. Na, Sparjo. Sparjo. Na, Sparjo. Sparjo. Na, Sparjo. Exotik. Nee, Exotik. Tralala. Exotik Wanda von Vital Guru. Einfach lecker für Jung und Alt. Sparjo.